Grenzübergang Bleiburg-Grablach an der kärntnerisch-slowenischen Grenze. Um 5 Uhr morgens beginnt hier der Angriff der jugoslawischen Volksarmee. Die slowenischen Milizsoldaten verteidigen sich hinter einem Bahndampf verschanzt. Um 9 Uhr werden zwei Todesopfer von Sanitätern abtransportiert. Mehrere Menschen sind verletzt. In halbstündigen Intervallen kommt es dann zu immer neuen Gefechten mit Gewehren, Schnellfeuerwaffen, Panzerabwehrwaffen und Granatwerfern. In Folge dieses Gefechts wurde das Zollamtsgebäude mehrfach getroffen und brannte bis 11 Uhr völlig aus. Die slowenischen Milizeinheiten konnten diese Schlacht gewinnen. Die jugoslawischen Volksarmisten ergaben sich und wurden am Nachmittag abtransportiert. Insgesamt forderten hier die Kämpfe mindestens sechs Menschenleben, neun Schwerverletzte und zahlreiche Leichtverletzte.